Anfang des 18. Jahrhunderts gab Friedrich Wilhelm I. die Weisung, die Turtenäcker der Kirchhöfe aus der unerträglichen Enge der Stadt Berlin außerhalb der Stadtbefestigung anzulegen. 100 Jahre später sollten sie alle geschlossen sein. So fanden die Kirchhöfe der Gemeinden Parochial, Georgen sowie St. Petri und ein Armenfriedhof ihren Platz außerhalb der letzten Stadtbefestigung unweit vom Landsberger Tor. Die Zugänge befanden sich auf der Seite der heutigen Friedenstraße. Mit der Erweiterung des Georgenkirchhofes um Mitte desselben Jahrhunderts wurde auch ein Zugang von der heutigen Landsberger Allee geschaffen. Der Armenfriedhof wurde Ende des 19. Jahrhunderts schon wieder aufgelassen. Auf dessen Grund steht heute noch die Auferstehungskirche. Die drei bis heute verbliebenen Kirchhöfe als Georgen Parochial II und V sowie St. Petri liegen schon lange nicht mehr vor den Toren, sondern mitten im Trubel einer modernen Großstadt des Bezirkes Berlin-Friedrichshain. Die parkähnliche Anlage mit seinen charakteristischen alten Baumalleen laden so manchen Bewohner des dicht besiedelten Kiezes zu einem Spaziergang ein. Schaut man sich dabei aufmerksam um, öffnet so mancher Begräbnisplatz Berliner Stadtgeschichte. Schaut man sich dabei aufmerksam um, öffnet so mancher Begräbnisplatz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020